Ich zeige heute Klänge, die es so noch nie in einem Korg-Entertainer-Keyboard gab. Neu für uns entstanden die Alpenschellen. Und ihr wisst ja, Alpenschellen, kleine Glöckchen, die muss man schneller bewegen und die großen Glocken, muss man langsam bewegen. Alles sehr natürlich in diesem Instrument und dazu wieder einen der neuen volkstümlichen Styles. Die Glocken. Es gibt viele neue Klänge aus diesem Bereich und die findet ihr alle im Keyboard-Set-Speicher in den Bells. So wie sie in jeder volkstümlichen Schlagerproduktion vorkommen oder richtigen Schlager. Auch von den Delfinen gibt es die richtigen Klänge. Schlager-Styles. Im neuen PA5X gibt es auch ein fantastisches Vibraphon. Und dieses Vibraphon klingt ausgesprochen natürlich. Und achtet mal hier auch speziell auf die Effekte wie auch die drehenden Rotoren in den Röhren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Eigenheit ist auch bei diesem Instrument, dass das Dämpferpedal nicht wie ein Schalter an- und auswirkt, sondern wie im Original werden die Dämpfer beim Klavier stufenlos auf die Saiten gelegt. Das gleiche auch hier hörbar beim Vibraphon. Langsam loslassen. Und die Dämpfer schließen stufenlos den Vibraphonklang wieder ab. Hier zeige ich euch die neuen Steel Drums im PA-5X Musikant. Die laden richtig ein, karibische Musik zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020